Und da sind wir jetzt auch schon in Mission 11. Da gibt es natürlich auch noch eine Herausforderung, die ich nicht gemacht habe. CTC-Dämonen mit explosiven Fässern. Also hauen wir das Ding mal an. Natürlich darf ich vor in der Hoffnung, dass ich hier einen Summoner treffe. Und ja. Genau. Viele Möglichkeiten gibt es hier ja wiederum nicht. Äh. Scheiße, wo muss ich denn da jetzt? Da hinten. Genau. Da rein. Teleporter. Höpp. Gut. Karte aktualisiert. Ja. Genau. Ich brüche mal, wer der mir Schaden macht. Dankeschön. So, dann kann ich das hier einsammeln. Ja. Gott. Noch mehr Schaden. Sehr schön. Zack, 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 zack. Hi. Ah, schade. Gerade gedacht, Tom, komm, Summoner. Nein. Da ist so ein dämmlicher Helm da. Genau, die Dinger hier. Ach so, scheiße, mit der explosiven Fässern. Haha. Genau. Gut. Dann machen wir das jetzt mal nochmal. Komm mal her. Na toll. Das ist ja jetzt ein Witz. Ein blöder Penner. Toll. Was muss der denn jetzt auch kaputt hauen? Okay, da haben wir jetzt die zwei Dicken hier. Komm mal raus. Kommt her. Das ist sonst nicht so zipperlich. Boah, ob das jetzt runter geht? Toll. Das ist natürlich dauernd. Super. Äh. Wo war denn noch eins? Ne. Ne. Da ist sie jetzt zerstört, oder was? Tatsache. Nooo. Na toll. So muss er nie was. Zauber. Genau so soll sie sich nicht machen, ihr Idioten. Äh. So. Gut. Hier gibt es jede Menge. Bam. Da soll ich schon mal die Osten 2. Nochmal ein paar. Komm mal ein Schritt näher. Schon näher, schon näher. Danke. Äh. Keine Fässerchen mehr hier. Gibt es noch nicht. Ah doch da. Direkt hier an dem Stein. Gut. Komm mal her. Hier her. Der andere auch bitte. Na kommt. Kommt. Das war jetzt zumindest schon mal 6. Und hier gibt es natürlich auch nochmal einen Collect-Wurf. Wir haben jetzt gerade zu einem. Zu überhänden. Na. Was wir auch noch einsammeln könnten. So. Das dauert auch noch ein bisschen, weil es hier nicht kurz vor Ende ist. Weil es auch ein Secret ist. Habe ich das vorher nicht gesehen. Und das wäre die letzte Sammel-Statue. Und wie auch immer es sich die Dinger da bezeichnen. Genau. Nein. Oh Mann. Das wollte ich jetzt so nicht. Platsch. Vor allem noch die Rüstungsdinger. Hä? Ach ja. Moment. Obwohl da ist alles so ein Dämmiges Vieh dabei. Ne. Gut. Dann nicht. Weil die Dinger hier sind scheiße. Warte mal. Jetzt ist der da hinten. Und nochmal so einer. Ne. Gut. Jetzt darf es aber fassen. So halbwegs. Nein. Oh. Was habe ich jetzt hier gesagt? Nein. Nein. Ne. Nein. So. Alles klar. Hm. Zählte das jetzt? Ne. Ich glaube nicht. Hä? Moment. 6 von 10 hatte ich das jetzt noch nicht ich glaube da nicht also noch mal runterklöppeln lassen ich hoffe es war echt eher dass er das nicht gezählt hat so jetzt aber ja das war der ich sehe immer nur einen aber hier lasse ich jetzt mal nicht sterben weil das hier machen wir jetzt ganz normal fertig und dann beim nächsten checkpoint oder nach dem nächsten checkpoint so wollen wir es dann immer noch machen ach der ist schon dauernd wieder nur diese Idee ah guck mal hier ein Sammler sehr schön gut dann können wir uns ja hier also umswitchen so also 5 perfekt wieder ums äh nein umswitchen auf das hier genau sehr schön so jetzt haben wir auch speichern punkt erreicht machen wir das hier noch na komm genau hier weiter das hier das hier einsam mann das hier einsam sehr schön sehr schön jetzt glas klar hier rein das war jetzt hier welcher Schott der war das hier der da ne ne oder ne also den muss ich natürlich auch verdrücken hier äh äh boah war das jetzt echt der hier ah schaut gut aus Rüstung einsammeln genau hier gibt es ja jetzt eh speichern punkt das passt so wo kann ich mich denn jetzt hier instant sterben lassen eigentlich hier ne wobei die natürlich scheiße sind zum das ganze farmen aber ich denke mal hier geht es beschleisten na komm killt mich ach moment das fahm ich trotzdem mal kurz ein weil das Ding zählt ja trotzdem nach oben so das auch nochmal mit sehr schön und das hier nochmal genau und das hier noch ah lol äh kommt hier mal kurz her ich brauche mal ein bisschen Schaden kommt mal her ja hier ja ja noch ein bisschen mehr nochmal dankeschön so zack 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 was jetzt doch mal die alle haben glaube ich zumindest sehe ich sonst nichts mehr gut dann lassen wir uns jetzt mal sterben batsch batsch ja so so na ja dankeschön so sehr schön das war als ausnahmsweise mal geplant ha jetzt durfte ja direkt eigentlich wieder hier rauskommen kann ich ja auch gleich wieder hier die Rüstungsdinger einsammeln hm obwohl das kann ich auch danach noch machen weil jetzt komme ich ja dann definitiv dahin wo ich mich zerreißen lassen könnte oder äh hallo gegner kommen noch keine wollte ich glaube da muss ich erstmal kurz dahin oder nicht äh ah jetzt ich mag gar schon sagen den den nö 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 dän ja 248 1 ja ich brauche mir noch mal hier bisschen schaden brauche ich mal einer bisschen mehr h j das das doch die zeige ich was schon passen nice herausforderung beendet gut die haben wir ja mehr hinterglassen Rüstung je Glory Kill ist aber schmarrn, dann nehme ich jetzt in dem Fall wieder das hier, verlenker die Benommenheit von Dämonen hä? hallo? achso, das habe ich drin äh, ne ne, wo waren das andere jetzt hier genau das hier sind bereits bei geringen Schaden benommen und jetzt fehlt nur noch das hier dreimal noch deswegen mal kurz gucken dass sie mich dann hier ja zerficken sollte ja eigentlich bei den Fetten hier kein Act sein na komm ne, nochmal neeein und natürlich nicht hingekriegt ey, da kriegst du doch einen Anfall da ist es scheiße äh obwohl ja doch lass mich dann hier nochmal sterben da ist es scheiße verdammt stimmt ja, ich muss ja die ja killen oooohh voll neeein ach schade gerade gedacht, das sind selber noch aber nope nur so dämmig im Kopf naaaah knarzt shit ja, sowas in dem war jetzt auch nicht geplant okay, ist natürlich kacke, also die dicken müssen definitiv weg wobei die natürlich schön hier mich im runterpolsten sind, aber das kann ich echt knicken mit den Dingern da bricht ich echt irgendwie kleinere nur umso länger dauert es natürlich der ganze Scheiß achso, haben wir ja fertig Gott, da kann ich da drauf scheißen holen wir einfach mal Muni irgendwann werden die schon kommen, ja die Vögel ah, da kann ich mal dahin hm jetzt vielleicht? nö hä wo ist hier der Trigger? ich sag's einfach mal die Zeit, ne die Zeit wird hier der Trigger sein oh, wieso da hin muss ich hallo hä also wie mir kann's losgehen scheiße hallo gibt's aber jetzt gar nicht huhu genau, also das Zeitverlangsabwürgs Ding ist an sieht man einmal hier unten links ja also ohne Gegner kann ich hier nichts machen, ne von dem her wir erst mit hier spawnen da muss ich hier auch holen ah, endlich man, oh, man, oh, man ich bin natürlich hier auch mal so, als darfst du dann eigentlich passen ja, okay, da kommt jetzt auch noch so ein dämlicher Kopf da aber müsste eigentlich auch nichts ausmachen wenn ich das jetzt mal nochmal probiere, ja einmal noch bitte ne, oder? wieder nicht alter ja, so ne scheiße lass mich aber hier nicht mehr sterben es nervt so, kein Sammerner in Sicht schade na komm her immer noch kein nein ich brauch noch, glaub ich, fünf Stück oder sowas ne, vier noch oh, wieso okay, ich hätt' mir, glaub ich, eher zu den Gegnern wieder spielen sollen die sind da dick besser ich bin sowas so, was dat? die können immer nur das Power-Up einsammeln ich glaube, ja ja, doch nicht hm 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 woah okay, okay... Fette wobei... will ich jetzt... ich will jetzt runterballern ach, ne, ich bin ja dann tot gut ne, dann definitiv nicht ne, dann definitiv nicht so Wie ist das? ja sehr schön Gut, jetzt geht er wieder zu. Hier komme ich ja nicht hin. Äh, hä? Was ist denn hier, glaube ich, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Hallo? Was ist denn hier los, sag mal. Äh. Ja, den habe ich doch jetzt, oder nicht? Ja. Äh, sollten wir jetzt nicht Gegner kommen? Oder irgendwie so? Hm. Ich glaube, hier ist eine Scheißstelle, wo ich das hier gemacht hatte. Äh. Ja. Aber hier raus komme ich ja auch nicht. Unterlebt ihr noch irgendwo ein Gegner? Nee, ne? Ne. Äh. Hallo? Scheiße, was sind jetzt los? Ha. Ja, das ist super. Äh. Den Schäden habe ich. Und kommen keine Gegner. Ja, das weiß ich natürlich nicht. Ob ich jetzt ein Checkpoint laden soll. Ob jetzt der Gegner wiederkommt irgendwann mit der Zeit. Oder, wie auch immer. Ähm. Tja. Meines Portal laden ist zu. Das laden ist zu. Ja. Ich komme nicht weg. Hallöchen. Hm. Also ich wollte mal meinen, ich warte mal noch so eine gute Minute. Vielleicht kommt er dann irgendwie, wow, wat. Ich glaube, wir hier so lange mal im Kreis. Mal gucken. Vielleicht ist hier irgendwo ein Trigger oder so. Keine Ahnung. Naja. Ja, das war jetzt einmal im Kreis. Da komme ich auch nicht hin. Ähm. Ja, super Sache. Bitte? Ähm. Ne, hilft ja nichts. Speicherpunkt laden. Ja. Hä? Jetzt kann ich nur hoffen, dass ihr das jetzt mal gescheit lädt. Dass die Gegner dann auch wirklich wieder kommen. Und nicht hier auch keine Ahnung, wie wat. Scheiße. Och, man. So ein Mist. So. Genau, den blauen Schädel haben wir jetzt wieder. Oder? Ja. Den haben wir immer noch, genau. Aber. Wie man sieht, sieht man nichts. Aber gut, jetzt habe ich es jetzt wieder neu geladen. Vielleicht bringt ja das irgendwas. Was? Äh. Pff. Ja. Ja, finde ich gut hier. Was soll denn der Kack? Ich meine, das ist auch egal, wo ich da rumhüppel, ne? Hier kommen nirgends Gegner. Scheiße. Äh. Ja, so. Was soll ich mal jetzt? Komplette Mission durchstarten, oder was? Bin natürlich richtig bescheuert. Na, das kann doch nicht sein. Hallo, ich habe extra einen Schweizerpunkt neu geladen. Hallo. Oh, ich scheiße jetzt hier gewaltig verpackt zu sein. Fuh. Sauer. Genau so läuft es. Nicht. Da und Schellhammer. Da lät echt die Gegner nicht, ne? Die müssen ja schon längst wieder hier sein. Hier ist auch kein Trick oder irgendwie sowas. Ja, fuck. Uuuuuh. Also, das hier ist echt bescheuert. Ja, das hier kann ich echt warten, wie ich will. Da kommt keiner. Ne. Hm. Aber noch kurz da rüber und noch mal hier rüber. Aber passiert überall nichts. Ne. Ich komme da auch nicht rein. Irgendwie. Hä. Ja. Einmal noch mal hier den Gitter testen. Vielleicht ist das jetzt doch offen. Ne. Gott. Alles klar. Hüftiges. Scheiße. Habe ich es auch wie verpackt. Hä. Ja, Gott. Dann halt hier noch mal. Äh. Zurück zum Hauptmenü. Und das Ganze nochmal. Oh, Mann. Boah. Ne auf das. Ha. Ja. Kampagne. Jupp. Speicherplatz 1. Mission wählen. Äh. Da war das hier. Ja. Genau. Töte 10 Dämonen mit explosiven Fässern. Mal der höchste 6 vor 10. Ja. Hilft ja nix. Echt nochmal neu laden. Oh, ich kriege einen Anfall. Naja, aber ich weiß jetzt noch, wo die Stelle war. Und was das andere Viech betrifft, da werde ich mal gucken, dass ich das so wie es schnell abballere. Dass ich hier die 6. Gruppe oder was es da habe, dass ich nicht da dagegen renne oder da durch renne und die mir killt, sondern dass ich da rein stürme in den Raum und dann hoffe, dass ich das Viech da vorher erledige und die dann rauslock zu dem einen explosiven Fass da unten. Dann hat sich das nämlich auch erledigt, aber ich muss ja trotzdem komplett ganz durch zu Ende der Karte hin. Aber daher ist es relativ Wurst. Ja, Schmerzsiegel. Ja, ja, ja. Genau. So. Einmal wieder die hier. Einmal das hier. Und los. Was ein Scheiß. Was ist hier? Gibt's ja kein Fass, ne? Doch, das da oben. Nein, jetzt hat mich das zerstört. Och Mann. Ist doch scheiße. Gott. Können wir hier nochmal probieren? Ach, das ist ja genau das, ja? So, alles klar. Komm mal raus hier, Jungs. Hier sind wir noch 3 Stück. Was soll denn das? Mann. Da hin. Okay, darfst du passen. So. Mäßig ist es wieder 3. Warte, schon wieder 3. Na. Quatsch. Achso, ich muss ja einmal da noch sterben, ne? Wobei, wenn ich das jetzt hier gleich mache. Habe ich vielleicht eine höhere Chance, dass ich das ganze Scheiß da überlebe. Beziehungsweise, dass ich da direkt wieder rauskomme ohne den Schalter. Obwohl ich da die Drehmackere da auch nicht habe, ne? Ne, gut, machen wir doch nicht hier. Machen wir doch nicht hier. Ja. Hören wir mal. Welche Runen sind jetzt hier drin? Ja, okay, passt. Das passt. Der hält ja nur Scheiß wieder aus, ja. Ah, genau, ist immer wieder hier. Passt.